Die Ehrenamtler sind die Helden des Alltages. Vieles in unserer Gesellschaft würde ohne sie gar nicht funktionieren. Deswegen machen wir uns als BVB-Freiwilliger dafür stark, das Ehrenamt zu stärken. Eine bessere finanzielle Unterstützung, mehr Hilfe und Absicherung für diese wichtige Tätigkeit. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren, die als Rückgrat unseres Katastrophenschutzes eine ganz entscheidende Rolle spielen. Dazu gehören auch Maßnahmen der Nachwuchsförderung und die Verbesserung der Ausstattung. Dabei wollen wir uns für jedes Ehrenamt stark machen. Auch die, die vielleicht nicht jeden Tag im Fokus der Berichterstattung stehen, wie zum Beispiel Wildtier-Auffangstation oder Igelsstation. Auch sie leisten einen wichtigen Beitrag zu Umwelt- und Naturschutz. Auch Sportvereine leisten eine sehr wichtige ehrenamtliche Arbeit. Gerade im Bereich der Jugendförderung sind sie nicht hinwegzudenken. Deswegen stehen für uns Anerkennung und Wertschätzung des Ehrenamtes ebenso im Fokus. Zum Beispiel durch die Einführung von Ehrenamtskarten mit Vergünstigungen. Deswegen am 22. September eure Stimme für BVB-Freiwähler für ein starkes Ehrenamt in Brandenburg. Wählt Orange!